Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Das sollte eigentlich ein Turniervlog sein. Nein, es wird auch noch ein Turniervlog. Aber ich habe jetzt gerade die Weidesaison zum Angrasen eröffnet und dachte, das ist doch bei dem wunderschönen Sonnenschein so ein warmes Wochenende, der perfekte Zeitpunkt, um euch hier mitzunehmen. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Kaste und Rusty genießen hier die ersten richtigen Grashalme des Jahres. Ich glaube, so früh hatten wir das auch noch nicht, dass wir hier die Wiesen nutzen können. Wir haben ja schon mal schon ein bisschen an der Hand was gegrast, aber es ist hier so schön warm gewesen jetzt die letzten Tage und auch jetzt sind es, ich weiß nicht, so 22 Grad. Richtig toll, es ist alles super trocken, so dass sie hier halt auch die Grashalme nicht kaputt machen, wenn sie mal ein bisschen losgaloppieren. Aber das Losgaloppieren hat ungefähr 30 Sekunden gedauert, seitdem fräsen sie. Und es sei ihnen ja auch gegönnt. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt geht's weiter mit dem verschworenen Turnier-Vlog. Hier ist alles schon bereit geparkt. Die fahren gleich mit Beintransportern los. Ich fütter jetzt aber erstmal fix die Pferde. Hier steht nur Seti. Die anderen, die wir mitnehmen, stehen drüben. Claire kommt nachher, wenn sie ausgeschlafen hat, auch noch bezogen von mir. Bist du auch noch müde? Sind die alle noch müde? Zu früh ist es doch gar nicht. Aber die bringt Toni nachher mit. Weil Toni sowieso auch die gleiche Prüfung reitet. Und die ist erst 16.30 Uhr oder so, dass sie beginnt. Und dann brauche ich Claire jetzt noch nicht mitnehmen. Ich schmeiß jetzt aber trotzdem schon mal allen Heu rein und Kraftfutter. Dann sind die nämlich hier auch gleich alle gefüttert. Und dann sind die Prüfung reitet. Halt, stopp! Okay, lass gehen. Jetzt hast du mich ausgeprägt. Vorführeffekt. Okay, lass gehen. Lass die in deiner Sütte bringen. Los. Nee, die wird nicht umgeärgert. Mach schon mal zu. So. So. Mal gucken, wie die jetzt hier drauf geht. Auf jeden Fall wird sie schon schmerzlich vermisst. Ja, ja. Hey! Es geht gleich los. Das ist einfach so fast. So. 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 Musik Musik Die ist ja ganz artig Verrückt Ihr habt von Setti bisher noch nicht so wirklich viele Trainingseinblicke gesehen, aber das werden wir mal noch nachholen, weil ich habe zwischendurch immer viel gefilmt, aber da wollte ich euch immer so einen direkten Vergleich oder so eine Entwicklung einmal zusammenstellen. Sie ist auf jeden Fall jetzt hier in der Gewöhnungsspringpferdeprüfung an den Start gegangen. Das ist wirklich eine schöne neue Prüfungsart in der neuen LPO, was den jungen Pferden einen noch seichteren Einstieg in das ganze Turniergeschehen bietet. Also das waren jetzt hier nur 80 cm Höhe, es gab auch keine Kombination, das waren alles Einzelsprünge bzw. lange Distanzen. Also wirklich schöne, leichte Anforderungen, um einen richtig entspannten, guten Einstieg in das ganze Turniergeschehen zu haben. Für sie auch wichtig, ihr seht, sie ist ja sehr groß, wir haben sie ja letztens gemessen, also 1,77 cm hat sie, Stockmaß, aber sie ist ja auch sehr lang, sehr großrahmig, also braucht man auch einen großen Platz für sie, was sich hier jetzt in Peace Pool einfach perfekt angeboten hat. Ich glaube, der Platz ist 70 x 70, also da hat sie wirklich genug Platz zum Galoppieren und vor allem für die Wendungen, weil sie eben sehr lang ist. Aber erstmal sind wir hier bei der Parcours-Besichtigung, das ist ja für die jungen Pferde immer eine sehr schöne Möglichkeit, sich mit einem schon mal vertraut zu machen. Sie ist am Sprung generell überhaupt gar nicht glotzig, also auch zu Hause kann man einfach alles anreiten, das ist gar kein Thema, aber natürlich das ganze drumherum. Also das Außenrum, die Situation mit den anderen Pferden und allem ist natürlich sehr viel aufregender als zu Hause und da ist es schön, wenn die jungen Pferde da wirklich viel Zeit haben. Ihr seht hier, sie ist kurz zumindest so ein bisschen unsicher, aber hat mir ein so ruhiges, entspanntes Gefühl gegeben. Also ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie viel hektischer, so ein bisschen unberechenbar klingt, jetzt böse, aber einfach so unkoordiniert. Also so war sie nämlich am Anfang, ist auch sehr, sehr viel gestolpert, weil sie sich einfach gar nicht in ihrem Körper gefunden hatte. Also da haben wir schon viele, viele, viele Fortschritte mit ihr gemacht und ja, dann ging es jetzt hier los. Sprung 1 schön freundlich zum Ausgang hin, sieht man jetzt hier gar nicht, aber man sieht so ein bisschen, wie sie sich streckt. Ich kam da echt groß hin und sie ist natürlich noch sehr lang in den Distanzen. Zwischendurch jetzt hier habe ich sie richtig gut zusammen, aber ich musste auch echt gucken, dass ich so den Fluss drin behalte. Ich hätte gedacht, dass sie deutlich, ja, spritziger und so ein bisschen mehr zack nach vorne ist, aber ich musste schon echt gut mitreiten, um den Fluss richtig drin zu behalten. Da muss sie natürlich noch deutlich geschlossener, auch in den Distanzen bleiben, wie sie es hier schon in den Wendungen schön hat. Aber da war es mir jetzt erstmal wichtig, immer schön wieder tendenziell lieber größere Distanzen für sie zu finden, weil sie ist natürlich sehr groß, hat einen super guten Sprung, wenn sie schön sicher sich auch fühlt. Aber das muss natürlich alles erstmal ein bisschen gelernt und verarbeitet werden. Hier in der Wendung ist sie mir ganz schön zum Ausgang gedrängelt. Ja, dann wurde sie mir einfach sehr lang, sodass wir hier leider am letzten einmal dann den ärgerlichen Hinterhandabwurf hatten, was natürlich sehr schade war. Aber vom ganzen Umgang hat sie uns echt überzeugt und umgehauen. Hier in der Wendung ist sie mir ganz schön. Die Boppelbremse Ja und beim letzten Marshall hast du ein bisschen dicht dran gelaufen, deswegen hast du dir auch seine Fingerhalsplatte gehabt. Schade. Schade. Schade machen. Schade machen. Schade machen. Schade. 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 Kommst der Sache näher. Ja. Ja, jetzt ist da auch schon mal. Aber so richtig? Ja. 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 Ja, sie sind sagt jetzt mal die Leine haben, oder? Ja. 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 Ja, wie schön. Ja. Ja, wie schön. Ja, ich kann nicht leider nicht so durchziehen, aber du hast deine nesse exporting an. Ja, Entschuldigung. No, wir wartet hier ganzartig alleine auf dem Transporter. Zetti ist auf dem anderen. Und Armani wird gerade fertig gemacht. Ja. Mit Aufmerksamkeit? Ja. So, was gab es jetzt nochmal zum Frühstück? Pommes. Oder Erbsensuppe? Oder Currywurst oder Bockwurst. Na schön. Nach den Frühstücksturnierpommes ging es dann mit Armani weiter. Auch für ihn ist jetzt hier Springpferd 1 Sterne und 2 Sterne gegangen. Beziehungsweise nach den neuen Anforderungen oder Ausschreibungen ist das in 90 cm und 1 m. Aber auch da darf man ja mit Pferd einmal das Ganze besichtigen. Ich habe vor dem Start, habe ich schon bei Instagram einmal erwähnt, ganz viele kleine Schritt-Trabübergänge gemacht. Der kleine Herr ist nämlich ein kleiner Macho. Das traut man dem süßen Kerl immer nicht so zu. Aber er lässt sich gerne ablenken und spielt sich dann ein bisschen auf und ist dann so ein kleiner Clownskopf und ein bisschen unkonzentriert. Deswegen muss ich da immer ein bisschen schauen, dass ich ihn vorm Start wieder zu mir bekomme. Hier hätte ich mich tatsächlich für einen Absprung weniger entscheiden müssen. Also die 7 Galoppsprünge waren für ihn dann echt eng, wäre ich da auf 6 vorwärts, wie ich sie jetzt auch hier geritten bin. Geritten wären wir da ein bisschen besser angekommen. Hier konnte ich jetzt nämlich schön den Fluss mitnehmen, diese 6 nach vorne. Hätten auch 7 kleine sein können von den Abmessungen her, aber das hat für ihn super gepasst. Und generell, also dafür, dass er draußen echt ein bisschen lustig drauf war, weil es jetzt natürlich auch das erste Draußen-Turnier ist, war drin so konzentriert bei mir, hat sich richtig toll reiten lassen, ganz gleichmäßig am Sprung, hat eine 7,9 bekommen, hat mich ein bisschen geärgert, dass ich einmal kurz so umgesprungen ist, weiß ich nicht warum. Naja, er hätte auch eine 8,0 verdienen können, hätte ich jetzt gesagt, so im Vergleich. Aber gut, mein Gott, so ist es eben. Leider waren wir damit erste Reserve. Wie ärgerlich war das? Naja, aber dann ging es hier schon in die zweite Prüfung, direkt hier nahtlos weiter für euch. Und das ist dann eben jetzt die Springpferde-Art 2 Sterne. Ich brauche immer so einen kurzen Konzentrationsmoment, aber ich konnte auch hier wieder schön die Vorwärtsdistanz zur 2 weiterentwickeln. Und generell, er ist so fein, aber kräftig, schön galoppiert unter mir. Also wirklich so dadam, dadam, schönen Zug zum Sprung, ohne aber eben draufzuziehen, hat sich danach gut abfangen lassen. Also es war wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Reitgefühl, auch in dieser zweiten Runde. Und er hat ja auch so ein paar Turniere jetzt gebraucht. Er ist ja noch nicht viel gelaufen. Er ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal jetzt hier bei uns mit. Ähm, vierte Mal, dritte, vierte Mal. Aber er ist in der zweiten Prüfung gerne mal noch so unkonzentriert gewesen. Da hat man gemerkt, da war dann eben einfach so das Konzentrationsvermögen dann ein bisschen aufgebraucht. Jetzt hier leider so einen ganz leichten Netzroller. Ach, richtig ärgerlich. Das hat uns dann leider die Note einmal ein bisschen gekostet. Er hat eine 7,8 als Grundnote bekommen, minus 0,5 dann eben für den Abzug. Aber wichtig war vor allem eben, dass er so stark konzentriert geblieben ist. Dann konnte man jetzt hier noch optional diesen Wasser graben. Der war jetzt nicht mehr offiziell im Parcours, das war so eine angebotene Alternative. Aber das springt ja immer ganz sicher, haben wir gleich mitgenommen, nochmal zum Training. Ja, bin sehr zufrieden. Schade mit der Stange, aber der hat sich ganz, ganz toll entwickelt. Hallo. So gut. So hoch, mein Kleiner. Und jetzt auch am Leben. Ich darf trotzdem nicht nach Hause. Also noch einmal eineъ 1-2-3-2-2-3-3-2-3-2-3-3-3-2-3-4-3-4-5-3-4-2-3-4-3-4-4-4-5-4-5-6-4-5-1-2-3-4-5-4-5-4-4-6-5-7-5-7-6-6-5-3-1-2-4-7-2-4-5-7-5-7-5-7-6-1-4-7-7-5-7-7-6-8-7-7-6-7-8-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-%-7-7-7-7-8-7-8-7-7-7-8- Es ist immer die gleiche Geschwindigkeit. Claire ist auch mitgekommen. Die ist ein A2 Sterne springen gegangen. Das ist ganz cool, dass ich das hier reiten darf. Das darf ich mit der Leistungsklasse nämlich so gut wie nie. Und deswegen konnten wir das hier jetzt einmal ausnutzen. Claire hat noch sehr wenig Turniererfahrung. Also ist vor allem, was Umgebung und Sprünge angeht, extrem glotzig. Deswegen musste ich hier auch immer gut dran sitzen. Habe mich immer in den Distanzen für tendenziell Eingeloppsprung mehr entschieden. Also normalerweise standen die Distanzen alle so ein bisschen auf weiter Reiten nach vorne. Ich habe aber immer die Zurückdistanz gewählt, dass ich die richtig schön geschlossen unter mir an den Sprung bekomme. Dass sie da gar keine Möglichkeit hat, sich irgendwie ablenken zu lassen. Und ich muss sagen, ich war allererste Starterin in dem Springen. Ich hatte nicht so viel Zeit, alle Sprünge so zu zeigen. Bis zum Schluss da alle einmal abzuklappern. Und vor allem hier die Kombination, die ihr schon seht, hat mir echt so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Da habe ich gedacht, oh Gott, also wenn wir bis dahin kommen, dann ist es schon gut. Auch hier, das sieht man nicht, so ein Papagei daneben als Ständer. Und das hat sie aber alles echt ganz, ganz tapfer gemacht. Jetzt kam ich hier auch schön mit einer super Distanz an die sieben. Habe wieder Eingeloppsprung mehr geritten in die Distanz. Quatsch, in die Kombination. Naja, auch in der Kombination. Eigentlich ist das Eingeloppsprung. Eingeloppsprung. Aber ich habe da einfach nur gesessen und gedacht, oh, los, komm, wir kommen da hinten raus. Das schaffst du, trau dich. Also, das Einzige, was dann natürlich ein bisschen ärgerlich war für die Runde. Aber die Entscheidung hier habe ich einfach kurz einmal, ihr habt dieses leichte Zögern gesehen. Und da habe ich gedacht, nee, wenn ich jetzt Beine zumache bei den Sprungen und das dahinter, konnte ich nicht zeigen vorher. Da nehme ich lieber kurz einmal raus. Wir reiten das neu an. Sie kann sich das einmal kurz anschauen. Und dann war das auch beim zweiten Mal überhaupt kein Problem, weil sie eben sehr, sehr glotzig und unsicher ist, sonst schnell. Deswegen haben wir da lieber einmal hier zum Training das Ganze so gemacht, was auch die absolut richtige Entscheidung war. Weil das ist auch das erste Springen, was sie überhaupt so durchgelaufen ist. Also, top, top. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Wenn ich sie mitnehmen kann in den nächsten Wochen, vielleicht sogar auch nächste Woche direkt nochmal, dann kommt sie einfach mit, kann ein bisschen Routine sammeln. Und hat uns da echt positivst überrascht. Und nachdem setze ich einen sehr aufregenden, lehrreichen und erfolgreichen Turnierer, die wir jetzt hier einmal mit ihrer besten Freundin in Kanada die Weide genießen. Aber jetzt ist es auch wieder gut. Das waren jetzt 25 Minuten. Ist jetzt auch erstmal genug fürs Anweiden. Das sieht sie anders. Okay. Die anderen wollen auch noch. Im Schnitt des Vlogs habe ich gerade gemerkt, dass ich noch gar kein Ende habe. Also, naja, es war irgendwie so ein richtiges Trainingsturnier. Es war viel gut. Immer so ein bisschen Pech. Ob das so erste Reserve oder so mal so eine kleine Netzrolle oder so dann nochmal. Ja, was dann Platzierung irgendwie verhindert hat für die Pferde. Es war sehr ärgerlich. Natürlich. Aber trotzdem waren da sehr, sehr viele gute Runden bei für die jeweiligen Pferde und die jeweiligen Ausbildungsstunde und Ziele. Und um das einfach zu festigen und weiterzubringen. Also, ja, auch wenn da jetzt nicht die Platzierungen leider dabei rausgesprungen sind, sind wir da trotzdem sehr zufrieden. Toni war nämlich auch sehr erfolgreich. Die war im A0 und auch im L0. Die hat sie erst so ein bisschen gehadert, ob sie jetzt schon sich das LW ja zutraut werden. Im Winter so ein bisschen Durchhänger gehabt im Training, was ihren Kopf angeht. Das war nicht ganz so einfach. So die letzten Wochen haben da aber jetzt viel wieder gerichtet mit Casano. Casano war das jetzt eben wieder das erste Turnier auch nach einer langen Winterpause. Und das war wirklich sehr gut. Und deswegen war das nochmal ein richtig guter Tagesabschluss. Dann auch fehlerfrei im L0 für sie. Und darauf lässt sich die jetzt auf jeden Fall weiter aufbauen. Ja, Nuri müssen wir einmal gucken. Ich hatte das Gefühl, dass nicht so ganz, er hat sich einfach nicht so wohl gefühlt. Also er war an sich vom ganzen Reiten, so beim Abreiten auch so spritzig, wie er immer ist und sowas. Aber am Sprung war er irgendwie ein bisschen anders und so ein bisschen festgehalten und verhalten. Zwar riesengroß und vorsichtig gesprungen, aber ein bisschen zu vorsichtig. So ein bisschen Luft angehalten, sag ich mal. Nicht so, wie er eigentlich ist. Und am Montag bin ich in den Zuhause noch gesprungen im Training und er sprang super gut. Also werde ich da einmal gucken. Vielleicht heiße ich einfach, wie es bei uns auch mal schnell ist. Immer so ein bisschen verzogen, verklemmt, weiß ich nicht. Deswegen gucken wir da jetzt einmal. Ich bin ihn gestern auch schon wieder geritten. So ein bisschen, da war auch alles schon wieder besser. Aber trotzdem will ich da kurz einmal so ein bisschen, ich sag mal, reinhören. Vielleicht auch Nina einmal drauf gucken lassen. Eigentlich wollte ich jetzt, wenn ihr den Vlog seht, in Hasem auch schon wieder aufs Turnier fahren. Aber das werde ich jetzt einmal lassen, weil das bringt ja nichts, wenn ich das Gefühl habe, das Pferd fühlt sich gerade nicht so an, wie es eigentlich ist. Und er ist ja schon viel schwerer gesprungen und so weiter. Das war jetzt eigentlich nicht dramatisch für den. Aber ja, da wollen wir einmal kurz reinhören. Einmal alles ordnen, weil es bringt nichts, wenn man da irgendwie über die Uhr dreht. Ja, und ansonsten. Oh, nächste Woche ist der 200. Vlog. Es wird ein Special, mit dem ihr wahrscheinlich nicht rechnet. Nicht wahrscheinlich, mit dem rechnet ihr nicht. Weil das jetzt auch schneller losgeht als gedacht. Es hat nichts mit dem Platz zu tun. Da wird weiter gewerkelt und gearbeitet. Aber es wird besonders werden. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir bauen jetzt hier einmal weitere Sprünge ab. Und dann sehen wir uns am Mittwoch zum nächsten Video wieder. Ciao.